hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem ersten gemeinsamen Q&A heute am 10. november 2021 ein tag bevor die polkadot parachain auctions morgen dann losgehen und ich habe mir in diesem video vorgenommen alle fragen die in den kommentaren zu meinen videos über polkadot gestellt wurden hier jetzt vor der kamera zu beantworten noch mal alles durchzugehen einen tag bevor es dann mit den auktionen losgeht jedenfalls vielen vielen herzlichen dank für die ganzen fragen die ihr reingeschrieben habt es waren richtig gute fragen dabei ich freue mich es ist echt eine ganz ganz tolle motivation für mich dass ihr euch mit den videos und mit der materie so intensiv beschäftigt habt und ich freue mich dass ich euch ein bisschen helfen konnte dabei vielen vielen dank auch für das ganze lob und die anregungen das positive feedback auch das macht natürlich dann richtig spaß hier auf youtube wenn man wirklich so viel feedback und so viel interaktion bekommt so und bevor wir jetzt richtig loslegen noch mal eine sache und zwar geht es jetzt um einen ausblick denn ich werde jetzt natürlich in den nächsten tagen ein bisschen weniger machen das war ja jetzt sehr intensiv hier quasi über zwei wochen lang jeden tag mehr oder weniger ein video rauszubringen weil es einfach auch fällig war weil wir ja nun termin hatten mit den polkadot parchain auctions die ja morgen dann starten und das musste ja nun alles fertig sein und möglichst auch viel geklärt werden deshalb jetzt auch noch mal das q&a morgen geht es dann also los morgen wird man dann einfach mal sich zurücklehnen können und schauen können wer wird denn jetzt das rennen machen in der ersten auktion man kann sich diesen ganzen prozess ja dann anschauen ich habe in meinen videos gezeigt wie das geht und danach kommt ja dann auch noch eine zweite auktion und wie es aussieht stehen ja die gewinner der ersten und der zweiten auktion so mehr oder weniger fest muss man ja mal ganz ehrlich sein wenn man jetzt darauf schaut wie viel beigetragen wurde zu diesen crowdloans dann liegen diese beiden projekte nämlich akala und moonbeam so weit vorne dass es quasi ausgeschlossen ist dass es dass da jemand anders noch dazwischen funkt vor allem jetzt quasi einen tag vor torschluss können wir uns eigentlich nicht vorstellen und der dritte platz der zeichnet sich ja auch schon ab mit astra und wir wissen also jetzt im grunde die nächsten zwei bis drei wochen mehr oder weniger was passieren wird ich habe auch schon videos gemacht über akala und über moonbeam ich werde also noch mal ein video ganz bestimmt machen zu astra zu dem drittplatzierten wahrscheinlich drittplatzierten projekt aber wer weiß was noch kommt also ich werde jetzt einfach mal zeit abwarten und in den nächsten wochen wird also das ein oder andere video zu den parachains rauskommen natürlich auch wenn sich irgendetwas ganz ganz aktuelles entwickelt wo es sich lohnt ein video zu machen dann bin ich sicherlich auch hier noch mal vor der kamera ich bin aber nicht faul ich werde noch andere dinge tun und zwar habe ich ja noch hier eine reihe eine yield farming reihe dieses die fall portfolio update oder so news und update oder so heißt es ich weiß selber nicht wie meine video reihe heißt ziemlich peinlich moment wir schauen einfach mal zusammen nach so hier das ist die reihe mir ist gerade aufgefallen ich weiß nicht wie die reihe heißt weil es nämlich gar keine eigene reihe ist sondern das findet ihr hier bei auf meinem kanal unter dem ganz allgemeinen crypto train station und das ist das hier mit dem mit dem feld und dieser mehr drescher hier das yield farming und portfolio update hat das heißt das ganze das war eine reihe die ich quasi wöchentlich gemacht habe oder zumindest versucht habe wöchentlich zu machen je nach zeit und je nachdem ob themen da waren und die letzte zeit haben wir uns beschäftigt mit usama und moon river deshalb empfehle ich das hier auch weil es ja jetzt thematisch ganz eng verwandt ist mit polka dort kusama polka dort und es wird ja irgendwann eben auch das projekt moon beam auf polka dort geben und auch da werde ich dann yield farm und man sieht hier also dass da so einiges los ist in den letzten wochen wie zum beispiel ja so es gab bei einem projekt ein riesen drama um die token verteilung und dann gab es noch ein ido der plötzlich 3000 prozent im plus war 1000 prozent api auf stable coins und am ende eine zwei oder eine woche später hat sich dann herausgestellt dass das ganze ein rugpulver und das ist ganz normal bei projekten die so früh sind insbesondere ist ja moon river auch ein projekt das quasi auf kusama eben auch zum experimentieren gedacht ist und zum experimentieren einlädt deshalb ist hier also ist das erst mal nichts besonderes es war aber schon ein bisschen ärgerlich weil auch von mir hier es jetzt verloren gegangen sind und diese reihe werde ich fortsetzen bei auf moon river ist so einiges los gewesen in diesen zwei wochen wo ich jetzt mit den crowd loans beschäftigt war und da werde ich also auf jeden fall das ein oder andere video noch zu veröffentlichen jetzt in den nächsten wochen und dann arbeite ich zurzeit an einer neuen videoreihe diese neue videoreihe die ist wahrscheinlich irgendwann mitte dezember fertig vielleicht anfang januar wenn ich ich muss mal schauen wie ich mit dem thema weihnachten und neujahr umgehe ob ich das vorher starte und dann pause mache ob ich da zwischendurch was rein stelle ob ich das vor produziere ich weiß es noch nicht genau die idee von dieser videoreihe ist auf jeden fall mal eine einsteiger videoreihe zu machen die videoreihe wird wahrscheinlich in die richtung gehen wie fange ich mit krypto an ich habe da aber auch einen eigenen ansatz das ist jetzt kein nichts was jetzt irgendwie schon hundert mal gemacht wurde das bringt ja nicht dann kann ich auch genauso gut auf videos von anderen verweisen die das definitiv auch teilweise besser können als ich aber ich habe so meinen eigenen blickwinkel und von dem aus werde ich das ganze angehen also einfach meinen kanal abonnieren wenn er es nicht schon gemacht habt dann werdet ihr hier auf jeden fall dann informiert wenn das ganze rauskommt und als kleiner bonus von meiner seite jetzt noch ein hinweis eine information die sehr sehr wichtig ist die aber meiner meinung nach nirgendwo oder was heißt nirgendwo also man kann jedenfalls sagen an ganz wenigen stellen nur auf die hingewiesen wird und zwar gibt es bei polkadot ein sogenanntes existential deposit sehr sehr wichtig denn das existential deposit das bedeutet nichts anderes als dass wenn eure wenn der betrag in eurem wallet auf unter ein dort fällt dann wird euer wallet komplett gelöscht das heißt die das ist wirklich so steht hier schwarz auf weiß wenn ihr unter ein dort in eurem wallet habt dann wird quasi alles was in dem wallet ist abgezogen das verschwindet und auch das wallet wird quasi von der blockchain gelöscht als völlig absurd aber es ist wirklich die wahrheit und es könnte ein april scherz sein aber es ist echt so also ihr müsst wirklich darauf achten dass ihr nicht unter ein dort fallt in eure was eure wallet balance angeht ihr müsst also auf jeden fall sagen wir mal 1,1 dort oder so im wallet haben also auch ganz wichtig wenn ihr eine transaktion abschickt und die landet auf genau ein dort oder ihr habt vorher genau ein dort und ihr macht eine transaktion und ihr müsst transaktionsgebühren bezahlen auch dann seid ihr natürlich irgendwie unter einem dort und das ganze ist super ärgerlich weil dadurch verliert ihr definitiv also geld ich finde das ist schon wirklich auch richtiges geld wenn man also ein dort 53 dollar oder ich glaube heute ist es mal 51 dollar da also angenommen ich habe 0,9 dort da drin dann geht ja quasi ein ganzer 50er weg also das finde ich irgendwie wirklich echt krass auch wirklich krass dass jetzt ich in ganz vielen polka dort videos nichts dazu gehört habe in tutorials und so weiter und ich muss zu meiner eigenen schande gestehen mir ist das ganze auch erst seit gestern bekannt denn ich hatte wirklich nie unter ein dort in meinem wallet drin weil ich hier einfach meine polka dort angesammelt habe um damit dann an den crowdlons teilzunehmen aber ist eine fiese falle man muss aufpassen existentische deposit schaut einfach nach dem polka dort wiki ihr seht es ja hier also unter bild integration guide dann haben wir polka oder protokoll und hier steht existentische deposit hier steht das alles schwarz auf weiß drin so dass jetzt mal los und zwar hier video nummer eins war am 29 10 das ganze war also quasi eine allgemeine einführung wie was ist was sind party auctions was ein crowdlons wie können wir mitmachen noch ein paar info quellen hier sieht man sie an den zeitstempeln was da vorgekommen ist und jetzt gehen wir einfach mal die ganzen fragen durch ich danke auch für diese ganz tollen für das ganze tolle lob was ich immer wieder bekomme das lese ich jetzt nicht vor das ist mir ein bisschen peinlich oder irgendwie unangenehm nee kann man so nicht sagen also ich habe mich darüber gefreut unangenehm ist es nicht im gegenteil ist sogar sehr sehr angenehm aber wir lesen das jetzt nicht einzeln durch so gut also dann gucken wir mal wo haben wir denn hier die erste frage und zwar die erste frage ist hier unter ja die erste frage ist wie ist es möglich dass sie nur 281 abonnenten haben hervorragend erklärt okay spaß beiseite also ja das weiß ich selber auch nicht warum wir hier nur 281 abonnenten auf diesem kanal damals hatten ich kann sagen es sind inzwischen echt mehr geworden auch dafür vielen vielen dank dass ihr jetzt hier irgendwie so fleißig abonniert habe ich glaube ich habe hier über die ganzen polka dort zeit meine abonnenten zahl verdoppelt aber es ist ja immer noch ein kleiner ich sag mal ein kleiner fleck auf der youtube landkarte ist aber schön auch so ich genieße das eigentlich gerade dass diese das also es macht einfach spaß so wie es ist ich habe in der ganzen zeit die ich jetzt auf youtube bin tatsächlich immer nur positives feedback bekommen also und das ist auch schön solange das so klein bleibt wird das wohl auch so bleiben ja so dann haben wir hier irgendwo eine genau und hier kommt dann eine frage massel mats fragt wenn ich einem projekt die fünf dort zur verfügung stelle muss ich diese dann versteuern und das ist die erste von vielen vielen steuer fragen ich habe hier noch von dem anh die die frage wie sieht es denn steuerlich aus ja und das ist eine sache die meiner meinung nach ein bisschen falsch gehandhabt wird weil viele viele denken dass sie jetzt irgendwelche anderen sachen die ungefähr in die richtung gehen wie die crowd loans anwenden können darauf und ich denke mal dass also ich bin wirklich ich habe ich bin eigentlich kein steuerberater und ich habe von dem thema ehrlich gesagt keine ich bin hier keine fachliche autorität ich sage einfach nur mal meine einschätzung oder besser gesagt wie ich das ganze angehe also ich habe hier auch zum beispiel einen kommentar auch ein sehr wertvoller und guter kommentar von ulb24 ist ich denke es wird wie beim staking betrachtet so gut also ich finde das sehr gut dass also auch diese diese antwort hier anfängt mit den worten ich denke denn genau das ist das was ich jetzt auch sage ich denke dass es ehrlich gesagt keiner weiß inklusive der steuerverwaltung selber habe ich ja hier auch geschrieben denn crowd loans haben die zurzeit noch nicht wirklich auf dem schirm oder das weiß ich auch nicht vielleicht haben sie es ja auf dem schirm aber es ist jedenfalls nichts wirklich offiziell bekannt darüber wie die steuerverwaltung beziehungsweise also die finanzämter darüber denken das heißt wenn wir bis dahin keine stellungnahme von diesen stellen haben also vom finanzamt oder vom bundesfinanzministerium oder irgendeinem ich sag mal gericht das würde aber dann auch voraussetzen dass da schon irgendwie ein verfahren läuft das sowas klären würde das tut es aber wahrscheinlich auch nicht weil das ganze noch zu frisch ist also ganz klar gesagt von meiner seite wir wissen es nicht keiner weiß es ich glaube dass die finanzämter erst mal im grunde steuererklärung von leuten brauchen damit sie überhaupt auf dieses ganze thema kommen und das heißt dann für uns im klartext auch dass wir erst mal eine art vorschlag machen können wie wir das ganze handhaben wollen und in diesen vorschlag den können wir ja so gestalten wie wir es möchten das heißt wenn also ich persönlich werde es so machen wenn ich meine steuererklärung abgebe dann werde ich einen kleinen absatz schreiben und erklären was sind crowd loans was ist mein beitrag zu den crowd loans wie funktioniert das ganze und werde dann sagen also ich sehe das folgendermaßen also ich habe in meiner steuererklärung das folgendermaßen verarbeitet und ich werde das wahrscheinlich ist es ja noch eine weile hin bis man diese steuererklärung macht so vorschlagen dass es natürlich irgendwo für mich auch günstig ist das heißt ich werde hier diese ganzen dinge ich werde das eben erst mal nicht so vorschlagen wie wie beim staking weil dann komme ich nämlich dann würde ich ja auch vorschlagen dass ich eine zehn jahre haltefrist habe auf die dots weil ich die ja gestaked habe und dann zinsen bekomme ich würde einfach sagen ich habe die was weiß ich ich habe also die die dots irgendwo hingeschoben verschoben oder so und dann habe ich irgendwann rewards bekommen und diese rewards sind für mich so wie ein airdrop weil die auch eine ganz andere währung sind und so weiter ich werde mir irgendeine erklärung ausdenken die da reinschreiben und entsprechend dann das also steuerlich verwerten und dann mal schauen was das finanzamt mit dieser ganzen angelegenheiten macht wichtig dabei ist nur dass man egal was man in seine steuererklärung reinschreibt alles alles wirklich angibt was man macht weil nur dann ist man sicher davor dass man in irgendeiner form in dieses gefilde steuer hinterziehung und so weiter kommt also wenn das wenn es keine offizielle regelung zu crowdloans gibt dann können wir ja eigentlich nur wenn wir eine steuererklärung machen erstmal ehrlicherweise alles angeben und zweitens mal einen vorschlag machen in dem wir einfach sagen so wir haben das steuerlich folgendermaßen verarbeitet diesen vorschlag würde ich dann so gestalten dass der in irgendeiner form realistisch ist also ich kann jetzt nicht da reinschreiben ich bin der meinung das ist alles steuerfrei wenn ich nicht dieser meinung bin also man muss das also im prinzip dann man muss also einen vernünftigen konstruktiven vorschlag einschreiben und dann einfach mal schauen das ist zumindest mein ansatz was die was das finanzamt mir dann antwortet möglicherweise geht das ganze ja durch und dann habe ich ja schon mal glück gehabt und wenn ich pech habe dann kriege ich eben eine antwort und die sehen das eben alles komplett anders und dann geht ja der übliche weg los dass ich dann entweder einspruch also widerspruch einlege oder dass ich das ganze akzeptiere je nachdem das ist so die vorgehensweise zum steuerthema und ich habe das jetzt sehr ausführlich beantwortet weil dieses thema immer wieder vorkommt und ich hoffe dass ich jetzt hier quasi so alles abgedeckt habe meine persönliche vermutung wird es sein wird sein dass also es schon möglich ist dass das finanzamt davon ausgeht dass die dots in irgendeiner form mit dem staking vergleichbar sind dass wir die irgendwo einlegen dass wir darauf in irgendeiner form eine also dass wir da eine gegenleistung für erwarten dass wir die einlegen und insofern würde dann also eine zehn jahre haltefrist gelten für die dots im klartext man kann dann die dots nicht mehr steuerfrei verkaufen wenn man die einmal eingelegt hat außer man hält die zehn jahre und gleichzeitig wird wahrscheinlich der reward auch als einnahme zu versteuern sein und zwar in dem moment wo man ihn ausgezahlt bekommt darauf gilt dann glaube ich die einkommenssteuers müsste man aber noch mal mit dem steuerberater klären ist mein bauchgefühl so dass das ganze so irgendwie in dieser art laufen wird so das war dann auch schon das erste video dann gehen wir jetzt mal in das zweite video rein hier in dem zweiten video ging es dann darum wie man hier ganz praktisch seine sein wallet einrichtet wie man an die dort kommt wie man die hin und her verschiebt und so diese dinge ich habe dann auch noch mal kurz was über kusama crowdloans erzählt und hier sind jetzt auch einige fragen gekommen gehen wir doch mal durch hier steht also masselmatz vielen dank für das informative video ich habe die polkadot extension mit der wallet meines ledgers verknüpft in den optionen der extension kann ich aber nur zwischen rename und forget account wählen aber also kein adressformat mehr bestimmen kann ich die wallet so nutzen oder sollte ich eine neue erstellen persönlich habe mit dem ledger und polkadot und diesem polkadot browser wallet noch nie wirklich gearbeitet weil ich glaube dass das jetzt im moment noch nicht so richtig ausgereift ist und ich finde es aber schon mal sehr sehr gut einen sehr guten ansatz dass man überhaupt ein ledger benutzt also ein ledger ist ja ein hardware wallet suchen wir doch einfach mal im internet wie das aussieht falls ihr das noch nicht kennt es gibt zum beispiel den ledger nano x das glaube ich der größere die größere variante die sehen so aus hier seht ihr auch direkt die kosten verschiedene anbieter wo man das bekommt und das kaufen eines hardware wallets also erstmal warum hat man ein hardware wallet das die private keys also eure zugang eure zugangsinformationen oder zugangsdaten zu eurem wallet die werden da sicher abgespeichert in dem sinne dass also wenn ihr quasi wenn wenn man versucht mit dem ledger zu arbeiten da muss man eine pinnummer eingeben die ist unter umständen sechsstellig kann auch vierstellig sein oder ich meine es gibt sogar noch andere varianten jedenfalls man da hat nur drei versuche diese pinnummer richtig einzugeben wenn man die dann zum dritten mal falsch eingibt dann wird der ganze ledger gesperrt dann ist gibt es überhaupt keine möglichkeit mehr an die zugangsdaten ranzukommen da man wenn man jetzt mit einer sechsstelligen pinnummer arbeitet ist es quasi ausgeschlossen dass das ding geknackt wird und das ist die einzige stelle wo quasi die die private keys von dem wallet gespeichert sind wenn ihr damit arbeitet ist es eine sehr sehr sichere art und weise mit einem wallet zu arbeiten die das ich sehr sehr empfehlen kann also ich empfehle jedem sich sowas zuzulegen auch wenn es geld kostet denn das ist eine sehr gute investition ab einer bestimmten summe ist klar wenn ich hier irgendwie 20 euro drauf liegen habe dann brauche ich mir nicht für 120 euro ledger zu kaufen aber ab einer bestimmten ab einer bestimmten summe ist das natürlich dann wirklich total sinnvoll der nachteil von der ganzen sache ist man ist natürlich dann immer an der hardware gebunden und das ist jetzt wenn man quasi sowas macht wie crowd loans und so doch ein bisschen kompliziert insofern würde ich also quasi die crowdloan teilnahme ich würde mir das so strukturieren ich habe ein ledger auf der einen seite also das ist jetzt eine idee man hat ein ledger da verwahrt man die ganzen polkadot tokens auf holt die von der börse runter tut den auf den ledger richtet sich separat das polkadot die browser extension hier ein und verschiebt dann die polkadots von dem ledger auf diese browser extension wenn man die braucht das ist insofern besser als das jetzt miteinander zu verknüpfen weil die handhabung doch sehr kompliziert ist und womöglich auch nicht alles was man machen will unterstützt wird so der das ist der eine punkt der andere punkt jetzt zum kauf des ledgers der kauf des ledgers ist nochmal eine wissenschaft für sich und die sicherung des ledgers ist nochmal eine wissenschaft für sich das sind zwei total spannende punkte also zum beispiel die frage kaufe ich ein ledger bei amazon also was kriege ich da wer hat das vorher in der hand gehabt das muss also jeder selber überlegen ledger family pack kann man jetzt bei ledger selber bestellen es ist wahrscheinlich ziemlich clever die sachen bei ledger direkt zu bestellen aber auch da hat es leider in der vergangenheit was blödes gegeben und zwar ist ledger die kundendatenbank gehackt worden sodass also die und veröffentlicht worden sodass also die namen aller leute die jemals ein ledger gekauft haben ich glaube das war letzten sommer oder so die sind öffentlich bekannt damit weiß man natürlich inklusive adressen und so weiter also furchtbar und jetzt weiß man also quasi von da aus wer ein ledger hat wer ein ledger hat hat wahrscheinlich auch krypto und die leute die ein ledger haben wie die haben wahrscheinlich auch nicht nur so einen alben dort irgendwie sondern auch ein bisschen mehr weil sowas sichert man natürlich nur wenn man auch also in dieser art wenn man auch wirklich was zu sichern hat so das also das ist die eine sache ist die frage wie man damit umgeht kann man gar nicht so beantworten und die zweite frage ist natürlich auch der ledger hat wieder zugangsdaten auch da hat man eine passphrase mit zwölf oder 24 wörtern falls der ledger verloren geht was macht man dann also dann hat man eben diese 24 wörter nur wenn man diese 24 wörter wie bewahrt man die auf ist eine ganz eigene frage für sich denn es nützt ja nichts irgendwie alles in so einem hochsicherheitsdringen drin liegen zu haben wenn dann auf dem schreibtisch das postet mit den zwölf wörtern steht so das sind diese themen zum ledger so ich habe die frage auch wieder sehr ausführlich beantwortet das video wird glaube ich ein bisschen länger ja so ein lütje fragt ist da bei der methode die menge egal oder müssen das da auch fünf dort sein ja also bei der methode mit dem polkadot js das wallet müssen es auch fünf dort sein und zwar pro auktion jede also pro crowdloan bei jedem crowdloan den man teilnimmt also je projekt braucht man fünf dort plus und das sagte ich ja eben man braucht eigentlich wenn man mal ehrlich ist mindestens 1,1 dort nochmal extra weil man muss mehr als ein dort im wallet haben und dann braucht man ja noch ein bisschen was um die transaktionsgebühren zu bezahlen also es müssen fünf dort sein und das ist nicht irgendwas was sich das polkadot wallet ausgedacht hat sondern das ist einfach noch voraussetzung um an crowdloans ganz allgemein teilzunehmen ak story hallo danke vielmals für die ganze info war sehr hilfreich ich hatte eine andere frage was muss man bei der kraken withdrawal adresse eingeben wenn man also bei kraken die polkadots die dots abholt dann muss man ja eine adresse angeben an die man diese dots übertragen möchte wo also kraken die dots hinschicken soll das gelten selbe gilt auch bei binance und die adresse die man da eintragen muss das ist die adresse die man hier in seinem polkadot js wallet in dieser browser extension sieht vorher muss man allerdings umschalten auf die polkadot relay chain also was nicht funktioniert das ist ob das aktualisiert sich nicht richtig ja also was zum beispiel nicht funktioniert ist dass wenn ich jetzt die kusama adresse nehme und es ist also auf jeden fall die richtige adresse hier und auf der polkadot relay chain weil da läuft das crowdloan modul was auch nicht richtig ist was man auch nicht machen darf ist dass man zum beispiel wenn man jetzt von dem projekt akala oder so irgendeine adresse gefunden hat dass man denen das einfach auf die adresse schickt weil die wissen nicht dass das zum crowdloan dazugehört das crowdloan ein modul ist auch etwas was auf polkadot auf der relay chain läuft nicht bei den einzelnen projekten selber auch die projekte bekommen nicht das geld dass man denen schickt sondern das wird nur eingelegt in dieses modul so dass also hier wirklich wichtig ist dass man eben seine eigene erst mal seine eigene polkadot adresse verwendet die im wallet ist und das muss die sein die hier unter polkadot zu sehen ist also wenn ich hier hier muss ich polkadot relay chain einstellen diese adresse hier die kopiere ich und trage die dann bei craten oder beinance ein die nächste frage ist von roger saura guten tag warum sollte man nicht auf zum beispiel beinance an den dort auctions teilnehmen was sind die nachteile und das ist auch eine von ganz ganz vielen vielen fragen die zu diesem thema gekommen sind und deshalb versuche ich so klar wie möglich zu beantworten meine meinung dazu es gibt meinungen also es ist nicht so dass man sagen kann es ist das beste man macht das und das sondern meine persönliche meinung dazu ist dass wenn ihr über eine exchange adresse an den crowdloans teilnehmt dann lauft ihr gefahr dass mit dem exchange in den zwei jahren die eure dots bei dem exchange rumliegen denn ihr müsst ja eure dots zwei jahre einlegen zwei jahre die liegen zwei jahre bei beinance rum oder bei kraken oder bei anderen exchanges und in diesen zwei jahren kann richtig viel passieren unter anderem ihr vergesst eure zugangsdaten ihr werdet gesperrt von beinance weil irgendein missverständnis aufgetreten ist es kann sein dass beinance nicht mehr existiert es kann sein dass beinance in der region in der ihr lebt gesperrt ist also wenn jetzt zum beispiel die eine regulierungsbehörde in deutschland ihr sitzt in deutschland eine regulierungsbehörde in deutschland so etwas wie crowdloans oder so verbietet dann muss beinance dem folgen und quasi das ganze crowdloan modul für deutsche schließen und dann sind wir raus dann sind die dort tokens da irgendwo bei beinance und dann ist die große frage zahlen die uns aus weil auch für die sind die dort tokens ja für zwei jahre gesperrt also kommen die da auch nicht ran wie wird das gehandhabt leihen die uns das und das halte ich für extrem unwahrscheinlich wahrscheinlich wird man einfach sagen hier ruf mal bei der regulierungsbehörde an und fragt die mal und solange das nicht geklärt ist behalten wir die dinger also es kann richtig richtig viel schief gehen wenn man einfach seine tokens einer börse anvertraut das gilt ganz allgemein im kryptobereich und daher gibt es ja auch diesen berühmten spruch not your keys not your coins also wenn ihr nicht eure eure coins in einem wallet habt zu dem ihr auch den private key euren schlüssel habt sind das gar nicht eure coins sondern das sind die coins von jemand anders also wenn ihr das über beinance oder kraken macht ja ich weiß es ist viel einfacher und eventuell hat man so das gefühl es ist auch sicherer weil wenn ich selber was falsch mache und so weiter und beinance wird das schon irgendwie hinkriegen verlasse ich mich auf die es ist gefährlich die zweite sache wie ich auch hier also das ist ein grund das ist für mich der absolut wichtigste hauptgrund es gibt jetzt ein paar andere sachen ein nachteil ist dass es völlig unklar ist zurzeit welche rewards man wirklich bekommt also wir wissen zwar dass wir jetzt irgendwie tokens bekommen von den projekten aber manche werden noch mal nfts rausgeben manche werden noch mal ein bonus geben es wird ein auf zum beispiel könnte ist vorstellbar ich weiß jetzt nicht ob das wirklich passiert nehmen wir mal an moonbeam startet und dann laufen da neue projekte auf moonbeam fangen jetzt neue projekte an sagen wir mal sushi swap und so weiter installieren jetzt eine eigene version man kann jetzt auf moonbeam sushi swap verwenden zur feier des tages macht sushi swap im airdrop an alle die am crowdloan teilgenommen haben bei moonbeam wer bekommt die tokens wahrscheinlich nicht ihr weil beinance wird dann einfach sagen womöglich sagen schön danke für die den netten airdrop alle unsere kunden haben da jetzt eingezahlt wir sind quasi die einzahlungsadresse wir behalten den airdrop da muss man natürlich sich an deren support wenden und fragen hier wie sieht es aus ihr habt ein airdrop gekriegt ich hätte das gerne wieder und dann viel spaß damit also ich würde absolut davon abraten das über eine börse zu machen meine persönliche meinung aber es kann eigentlich im grunde jeder machen wie er möchte video nummer drei war dann die frage lohnt sich das hier mit den crowdloans überhaupt und wo wird eigentlich der dort token im preis liegen weil wir sind ja zwei jahre fest drin in dem crowdloan wir kommen nicht ran wir können nicht verkaufen wenn der dort token steigt und gleichzeitig laufen wir gefahr dass natürlich dann genau in dem moment wo wir unsere dort wieder bekommen der kurs ganz unten im keller ist also haben wir irgendwie nur verloren so das war eigentlich die frage dieses videos und hier kommen jetzt also eure fragen ja hier ist also eine frage von maria p ob man mir da auch persönlich eine nachricht schicken kann also ich es tut mir echt leid also ich würde auch total gerne wenn ich die zeit hätte fragen beantworten aber ich habe einfach beschlossen jetzt bei dem kanal das so zu handhaben dass alles was in den kommentaren steht und was jetzt irgendwie anderen hilft das werde ich beantworten solange ich noch kann also wenn hier sehr sehr viele fragen kommen dann wird das natürlich auch irgendwann nicht mehr gehen aber bis jetzt habe ich ja noch jede frage beantwortet ich mache jetzt auch hier so ein q&a und so und deshalb also das mache ich also ich beantworte jetzt die so einzelfragen wirklich nicht ich bin nicht das support und bei ganz vielen fragen muss ich auch einfach sagen sehe ich das gar nicht so richtig als meine aufgabe an denn wenn jetzt zum beispiel eine frage kommt ich habe hier bei beinance das und das und das und das ja dann ich meine beinance fragen ist ja klar weil die kriegen ja auch euer geld und die verdienen an euch warum dann fragt besser die als mich so das ist meine haltung dazu aber ganz grundsätzlich klar ich beantworte super gerne fragen ich sitze jetzt hier auch stundenlang und mache ein video mit den antworten aber das mache ich eben dann für alle öffentlich entweder in den kommentaren oder im video aber vielen vielen dank für das interesse auch darüber auch hier ganz ganz schönes lob also ich freue mich wirklich über alles wenn die fragt jetzt wann bekommt man den reward ist wahrscheinlich vom projekt abhängig fragezeichen genau das ist so klar also es hängt wirklich vom projekt ab aber es gibt für jeden für jeden batch also wir haben ja batch 1 und batch 2 zurzeit die ersten fünf projekte sind im batch 1 da gibt es einen termin wo das sogenannte onboarding der parachains passiert und dieses onboarding ist quasi der moment wo das projekt auf als parachain integriert wird in polkadot und das ist quasi der frühste zeitpunkt wo man rewards bekommen kann es kann sein dass die projekte zu diesem zeitpunkt noch nicht fertig sind insbesondere natürlich die projekte die unmittelbar vorher weil also die letzte im ersten batch die letzte auktion läuft ja am ich glaube sechzehnten zwölften oder so aus am 17 zwölften ist das onboarding da ist natürlich ein bisschen knapp um jetzt quasi wenn man gerade eben erst erfahren hat dass man die auktion gewonnen hat dann schon am nächsten tag alles starten soll es kann sein dass das gut vorbereitet ist dann geht das vielleicht es kann aber auch sein dass es einfach ein bisschen länger dauert also frühester zeitpunkt für die rewards in diesem batch 1 ist definitiv der zwölfte der 17 zwölfte beziehungsweise der 18 zwölfte je nachdem wie man es irgendwie rechnet je nach zeitzone und so weiter müsst ihr einfach mal schauen das ist der früheste zeitpunkt und die rewards bekommt man bei nahezu allen projekten nicht auf einmal ausgezahlt sondern nur einen teil auf einmal und der rest ist gewestet über die zwei jahre also im klartext die kommen dann erst langsam wieder raus wenn man den reward erhalten hat also zum beispiel moonbeam kann man den dann auch wieder umtauschen in eine andere crypto währung oder ist der wort dann auch gelockt für eine gewisse zeit ja also zum teil ist er gelockt habe ich ja gerade gesagt natürlich kann man die rewards auch umtauschen sobald das geht da ist hier natürlich je nach projekt die frage wie kann man das an also wie was was muss man machen damit das geht bei moonbeam werden ja börsen wie sushi swap oder ähnliche starten da kann man natürlich auch traden und dann ist die frage wie kriegt man das ganze aus dem projekt also aus der power chain raus also wenn ich das jetzt auf moonbeam habe wie kriegt das raus dafür wird es bei moonbeam bridges geben das weiß ich alles weil ich ja moon river jetzt schon seit zwei monaten oder drei monaten mache auch in meinen videos besprochen habe daher weiß ich dass das so laufen wird bei den anderen projekten wird es mit sicherheit irgendwie auch geben es gibt ja auch dieses cross consensus message messaging mit dem man es jetzt zwischen den paar chains hin und her transferieren kann und so es wird mit sicherheit also auf mittlere sicht möglichkeiten geben seine assets rauszuholen und damit eben auch seine rewards und die dann irgendwie weiter zu verarbeiten auch über eine börse und so weiter also klar ganz sicher ja dann a ko oder ko n crowd loaning wird doch wie lending versteuert in deutschland glaube ich muss man die rewards direkt beim erhalt und auch beim verkauf sozusagen doppel versteuern ich weiß nicht ob da die haltefrist von ein jahr zählt bei den eingesetzten polkers müsste die haltefrist dann zehn jahre betragen oder liege ich da falsch genau selbe selbe thema ich habe vorher eine steuerfreundliche frage beantwortet und da eigentlich so viel richtig viel zu erzählt klar ja es ist tatsächlich unbekannt es ist unbekannt die finanzämter wissen nichts von crowd loans meiner meinung nach ich habe keine internen informationen aber ich bin sicher dass sie von crowd loans noch nie gehört haben und erst mit unseren steuererklärungen zum ersten mal davon erfahren werden und dann gibt es wahrscheinlich irgendwann auch eine offizielle regelung wie das ganze läuft michael angelo ich bin zehn ich bin 100 prozent deiner meinung was dort angeht aber bei cardano bin ich mir nicht so sicher denke dass cardano dieses jahr aus der bildfläche verschwindet ja also dieses jahr wenn wir jetzt echt sagen also 20 21 das wird knapp mit cardano muss ich echt also also danke für diese meinung aber da das sehe ich nicht also bis ende des jahres wird cardano bestimmt nicht von der bildfläche verschwinden aber also cardano ich finde auch es hat ein bisschen es hat ein bisschen schwer weil die das thema ist so ein bisschen was haben die jetzt an produkten erreicht und die brauchen sehr lange es kommen immer ankündigungen und im sommer hieß es jetzt kommen die smart contracts und auf irgendeine komische art kamen die ja dann auch aber man konnte sie nicht verwenden und was nützt es wenn man smart contracts hat die man dann nicht verwenden kann und so und irgendwann wird auch irgendwas rauskommen bei cardano und zwar wahrscheinlich auch sehr bald und wir wissen ja die cardano community ist echt sehr sehr fanatisch die es ist quasi ein bisschen wie bei den bitcoin maxis es gibt so richtige cardano maxis die alles irgendwie blöd finden außer cardano und so und natürlich wird wenn cardano startet das ein riesengroßes ding werden ganz klar vergleichbar zu polka dort und wenn wir einfach mal schnell in coin gecko reinschauen dann ist es auch mal wieder so total unglaublich ich hatte ja irgendwie vorher gesagt dass polka dort jetzt durch die paracent auctions richtig schön durch die decke gehen wird aber was ist in wirklichkeit passiert ja also erst mal ripple hat cardano überholt keine ahnung warum aber es ist einfach so und cardano quatsch also ripple hat polka dort überholt und was ist noch passiert cardano ist erst mal richtig schön abmarschiert was den was die mark kapitalisierung anging genau wie ich auch gesagt habe hier beinens smart chain brauchen wir eigentlich gar nicht mehr wenn es polka dort bald gibt und was ist passiert polka dort tritt eigentlich ein bisschen auf der stelle hier zwischen 53 und 55 milliarden und beinens ist irgendwie um mindestens fünf milliarden irgendwie gestiegen also es ist manchmal total irre im crypto space und wir haben jetzt hier noch mal richtig glaube ich eine richtig schöne gewinnmitnahme bei polka dort gehabt ja also weil klar also es heißt ja immer bei der rumour sell the news und jetzt haben wir also die news dass die paracent auctions wirklich da sind haben viele darauf spekuliert dass der kurs hoch geht ist ja auch passiert vor den vor meinen videos lagen wir bei 40 dollar und jetzt sind wir immer schon immerhin schon bei 50 dollar und das ist ja ein ganz schöner gewinn haben die die ganzen haben natürlich alle irgendwie mitgenommen dadurch ist das runtergegangen aber reden wir also nicht weiter darüber langfristig gesehen wird sich da noch einiges tun roma g hallo bin gerade auf ihren kanal gestoßen finde die videos sehr interessant eine frage habe ich allerdings zu ihrer preis prognose von polka dort die wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch dass wir irgendwann in den nächsten monaten in den bärenmarkt wechseln wenn sich die geschichte wiederholt dann bis zum nächsten bitcoin halving in 2024 sie gehen trotz dessen davon aus dass polka dort in zwei jahren so einen hohen kurs erreichen kann fragezeichen ja das stimmt ich gehe davon aus einen so hohen preis okay 750 dollar ich hatte ja auch in dem video gesagt das ist eine sache die das weiß natürlich wirklich überhaupt keiner also 750 dollar da waren ja einige voraussetzungen im spiel die so nicht wirklich gegeben sind das würde ich auch so nicht aufrechterhalten aber ich hatte ja am schluss gesagt 50 dollar pro dort in zwei jahren halte ich für extrem unwahrscheinlich auch wenn wir jetzt in einen bärenmarkt wechseln es wird sicherlich dann auch den polka dort kurs richtig treffen erste frage ist wann kommt das wenn wir in den bärenmarkt wechseln sagen wir mal im februar und wir haben bis dahin erstmal einen bullenmarkt dann sind wir beim polka dort mit sicherheit nicht mehr bei 50 dollar dann ist er vielleicht auf 100 dollar sagen wir mal theoretisch wird dann vielleicht um 60 prozent korrigieren sind wir also wieder bei 40 dollar und haben von da an zwei jahre zeit um wieder auf über 50 zu kommen und da gehe ich ganz stark von aus dass es klappen wird denn wir sind hier in einem ökosystem das ja gerade erst im entstehen ist es kann natürlich genauso gut sein dass überhaupt nichts passiert und das dann am ende der zwei jahren plötzlich dass der bärenmarkt kommt und wir dann von irgendwas um die 60 dollar abstürzen auf 30 da mal pech gehabt aber selbst dann wir sind ja hier jetzt nicht um irgendwie mal ganz kurzfristig irgendwas mitzunehmen an gewinnen wir legen ja unsere dots für zwei jahre fest also ist unsere perspektive langfristig wenn unsere perspektive langfristig ist wir kommen in einen bärenmarkt was machen wir wir kaufen nach ist doch logisch wir kaufen noch mehr polka dort weil ist ja alles gibt ja auf alles in rabatt und im bärenmarkt also akkumulieren wir dort tokens und freuen uns auf den nächsten bull run der mit sicherheit irgendwann kommen wird gerade wenn es polka dort in der anfangsphase treffen wird und uns alle treffen wird dann haben wir natürlich eine gute chance dass wir da richtig gut rauskommen wenn wir einfach nur die zeit mitbringen und deshalb also bärenmarkt es ist schön im bullenmarkt so wie es jetzt ist es macht spaß die kurse zu gucken es macht spaß videos zu machen ich sehe auch das interesse an den youtube kanälen geht richtig hoch auch bei mir ist es richtig schön hochgegangen ist immer toll im bull also im bullenmarkt aber der bärenmarkt das ist eigentlich der moment wo man richtig viel verdienen kann wo man auch reich werden kann im bullenmarkt geht das nicht es gibt diesen spruch bull markets can make you money and bear markets can make you rich jetzt sind wir bei video 4 und bei video 4 habe ich dann meine crowdloan strategie vorgestellt es geht darum irgendwie das habe ich ja jetzt auch im grunde ein bisschen so gemacht ich warte einfach ab bis kurz bevor die auktionen losgehen dann mache ich erst an mein investment weil ich ja gedacht habe also ich warte jetzt mal bis klar ist wer der gewinner ist bei den ersten zwei drei drei auktionen um auch dann den gewinner dann zu treffen denn ich möchte auf jeden fall die rewards haben und später bei auktion 4 und 5 gehe ich dann etwas emotionaler vor und nehmen einfach investiere einfach mal in die projekte rein die ich wirklich toll finde egal ob die jetzt gewinner sind oder nicht so das war eigentlich die idee hier hinter diesem video dann also hier hoffentlich wird im video 4 noch die contribution für den akala crowdloan angesprochen welche der vier möglichkeiten sollte man wählen ja das habe ich ja tatsächlich auch gemacht in meinem akala video also dann schaut einfach da rein dann mit max hallo erst einmal vielen dank für die sehr interessanten und hilfreichen videos ja gern geschehen ich hätte eine kurze frage wenn man über eine börse du hattest kraken im video erwähnt an diesem crowdloan zum beispiel moonbeam teilnimmt weitere nachteile außer dass die bonus prozent die börse behält oder anders gefragt welchen vorteil hat man denn wenn man über den direkten weg teilnimmt die sperren und auszahlungszeiträume sind ja gleich vielen dank ja habe ich auch schon beantwortet in einer anderen frage also klar die es ist einfach eine unsicherheit dabei wenn man über eine börse geht weil die tokens sind zwei jahre bei der börse wenn die börse man muss einfach der börse vertrauen dass man die nach zwei jahren wieder bekommt und da kann einiges schiefgehen also einfach in der letzten frage mal nachgucken was ich da gesagt habe in einer der letzten fragen ich werde auch hier irgendwie timestamps machen und die unten reinschreiben deshalb könnte er dann daher an die stelle springen ruf nicht fragt also super video reihe danke danke als ich mich für mehr als ein projekt im ersten batch interessiere kann ich auch theoretisch direkt bei mehr als einem projekt teilnehmen beispielsweise akala und astra wenn ich glaube ich noch mehr diese werden dann so wie ich es verstanden habe in den kommenden auktionen teilnehmen unabhängig davon wer die erste auktion gewinnt richtig genau so ist es das ist so also ist es sogar so wenn ihr jetzt direkt einzahlt der crowdloan den ihr gebt der läuft weiter bis zum ende des ersten batches also das heißt wenn ihr jetzt in drei projekte investiert eins davon gewinnt dann läuft euer crowdloan für die anderen projekte einfach weiter zusätzlich dazu kann man noch nicht mal seine einlagen wieder zurücknehmen was einmal drin ist bleibt drin und geht nicht mehr raus also ihr könnt in aller ruhe jetzt schon auf alle projekte setzen die ihr irgendwie spannend findet und das ganze wird dann also übertragen während des ersten batches aber sobald der erste batch vorbei ist bekommt ihr unsere eure einlage wieder zurück und das erkennt man daran dass man zum beispiel hier im polka.js wallet in den apps dann seht ihr hier in dieser spalte ending ein enddatum wann der crowdloan ausläuft und der ist jetzt hier bei allen projekten gleich aber das ist also quasi der zeitpunkt wo ihr eure einlage wieder zurückbekommt unter der voraussetzung dass dieses projekt nicht gewonnen hat also es gibt ja hier welche die womöglich nicht gewinnen und da bekommt man dann eben zu diesem zeitpunkt hier nach zurzeit jetzt 37 tagen und 6 stunden seine tokens wieder wenn dort tokens die man eingelegt hat und dann ist hier also toti schreibt hier auch von mir herzlichen dank für die videoreihe wirklich sehr informativ und spannend vorgetragen weiter so klar mache ich danke wie sieht das eigentlich mit den steuern in deutschland aus bei crowdloan kampagnen so wie ich das als steuer an alphabet verstehe staking lending zehn jahre und dann geht's hier also es kommt hier auch diese vermutung und dieses ist definitiv sehr wahrscheinlich dass es so sein wird aber auch hier ich sagte es ja bereits es ist einfach ehrlich gesagt überhaupt nicht bekannt denn die finanzämter müssen erstmal überhaupt von crowdloans erfahren müssen sich ein bild machen eventuell eine eine offizielle stellungnahme von irgendeiner übergeordneten behörde bekommen damit sich der finanzbeamte der jetzt die steuererklärung bearbeitet irgendwie an irgendwas orientieren kann das ist alles noch nicht da es gibt ja ein schreiben vom bundesfinanzministerium glaube ich wo es darum geht also meine einordnen crypto steuern und da taucht crowdloan wirklich definitiv nicht auf man wird das dann irgendwo wahrscheinlich in diese dinge einordnen müssen wenn man selber eine steuererklärung macht vorschlagen müssen abwarten müssen was das finanzamt dann eben damit anfängt black black hallo ich kann für den moonbeam token kein invest tätigen weil irgend eine unterschrift gebraucht wird könntest du bitte erläutern was man da genau machen muss ja das habe ich erläutert moonbeam ist eine besonderheit wenn man da direkt über die polka.js seite an dem crowdloan teilnimmt dann braucht man eine art signature verifier signature heißt das ist und fällt und da weiß keiner was man da eintragen muss deshalb also meine empfehlung geht einfach hin moonbeam auf die webseite nehmt über diese webseite an dem crowdloan teil und tragt dann da eure ethereum adresse ein und dazu habe ich ein video gemacht schaut euch das video an moxygen fragt eine frage hätte ich noch leider habe ich nichts dazu gefunden bzw habe ich es nicht richtig verstanden angenommen ich verteile meine dort bis zum 11 11 aber treffe eben nicht mit allen projekten bekomme ich meine dort aus den fehlschlägen nach dem batch 1 zurück exakt so ist es gerade eben auch erzählt hat ja jemand anders so ähnlich gefragt und es ist wirklich so nach batch 1 bekommt man also dann aus den fehlschlägen wie du es hier nennst die dort dann wieder zurück spätestens also am ich glaube es der 17 12 schaut nach auf der polka.js seite da ist das aufgeführt wann die tokens dann zurückkommen michael lorenz hallo kann es sein dass bei akala der eigene beitrag my contribution nicht angezeigt wird bei asta habe ich auf deren homepage kein tool fürs crowdloan gefunden genau also bei das ist so mit akala soweit ich weiß also es ist eine frage die sehr häufig aufgetaucht ist mein crowdloan mein beitrag wird nicht angezeigt bei polka.js und ich hatte in meinem video gesagt dass wenn nur wenn das da aufgeführt ist habt ihr auch erfolgreich am crowdloan teilgenommen ja also das ist zumindest mein kenntnisstand aber was ich herausgefunden habe ist dass wenn ich bei akala methode zwei nehme also wenn ich zum beispiel über das liquid crowdloan verfahren das mit den lc dots habe ich in meinem akala video erklärt gehe ich jetzt nicht darauf ein ist zu kompliziert also es gibt mehrere möglichkeiten bei akala teilzunehmen und eine dieser möglichkeiten ist dass man also quasi teilnimmt über dass man im prinzip lc dot tokens bekommt und das ist ein anderer weg und dann wird quasi der eigene beitrag in polka.js nicht angezeigt zweite sache wenn ich über eine börse teilnehme wird mein beitrag nicht angezeigt und je nachdem welches wallet ich verwende da habe ich nicht genug kenntnis drüber ich kenne nicht jedes einzelne wallet wie besteht auch die möglichkeit dass es nicht angezeigt wird in polka.js was man machen kann ist wenn man jetzt also hier sagen wir mal wir sind hier auf polka.js und wir gehen mal in unsere unser account hier unter accounts dann ist ja hier mein account zu sehen und dann gehe ich mal über den dot scanner schaue ich mir einfach mal die blockchain an und dann sehe ich hier die transaktion der letzten zeit und hier sehe ich meine beiden crowdloan beiträge akala und moonbeam und hier wäre einfach die frage was hier angezeigt wird weil das ist ja im prinzip also eine infoquelle wo man alle transaktionen sieht und wenn hier also euer beitrag irgendwie abgegangen ist schaut hier einfach mal nach wo das hingegangen ist ob das überhaupt stattgefunden hat wenn die transaktion hier nicht steht dann müsstet ihr eigentlich eure dots noch in eurem wallet drin haben denn es gibt kann es gibt einfach nicht die möglichkeit also es gibt im grunde keine möglichkeit dass die dots einfach aus eurem wallet verschwinden mit der einen ausnahme die ich am anfang des videos gesagt habe dem existential deposit schaut euch das an das ist super wichtig ihr müsst immer mehr als ein dot in eurem wallet haben wenn nicht verschwindet der dot aus eurem verschwindet also quasi der inhalt eures wallets weil das ist so eine sauber reine macht funktion von polka dort die alles was irgendwie so so kleine beträge die werden einfach irgendwie dann weggewischt damit die block chain nicht zu voll wird super wichtig war mir auch total neu habe ich jetzt vor ein paar tagen irgendwie erfahren oder vorgestern oder so erstmal ignoriert weil ich es nicht glauben konnte und dann nach und nach ist mir klar geworden dass es echt der fall ist also schaut hier auf dem dot scanner nach ob wo eure transaktionen hingegangen sind wenn hier nichts steht ist es sehr wahrscheinlich dass die dots noch im wallet sind bei astra habe ich deren auf deren homepage kein tool fürs crowdloan gefunden aber ich habe astra noch gar nicht geguckt das mache ich erst nächste woche schauen wir mal nach also astra crowdloan war das vielleicht noch gar nicht fertig oder so oder nur zu schauen was hier ist also crowdloan join stake.now also ich glaube das ist die seite vielleicht war die da noch nicht online als du geguckt hast ja hier kann man teilnehmen also das ganze ist jetzt da und ist ja noch rechtzeitig weil astra kommt ja jetzt in drei wochen dran und über die da kann man also jetzt teilnehmen jetzt hier max mustermann habe es genauso gemacht nur steht bei minute 44 13 also wahrscheinlich in meinem video habe ich echt 44 minuten video gemacht leute ja habe ich es mir echt peinlich also ich wollte eigentlich immer unter 20 minuten bleiben das hat ja gut geklappt so also ja also krass also 44 13 verifier signature und das ist wohl ja das bezieht sich auf moonbeam und das sieht sich das ja klar also das bezieht sich auf moonbeam und das habe ich schon beantwortet geht über die ich habe ein video dazu gemacht und geht einfach über die webseite ist einfacher mal was wir noch haben oje ok klingt kompliziert versuch mal irgendwie vielleicht klappt es ach ich habe ja auch geschrieben dass er da also man benötigt zwei wolle jetzt eine beim anlegen wie aus deinem video und die zweite zum zahlen ethereum adresse wie zum beispiel mit der mass genau exakt flex kenner schreibt hey ich bin verwirrt dann tut es mir leid dass ich dich jetzt erfolgreich verwirrt habe die auktionen starten am 11 11 jedoch sprichst du vom 4.11 19 uhr gibt es eine early phase oder wieso das datum ja also ganz einfach die auktionen starten am 11 11 die crowdloans starten haben am 4.11 gestartet das heißt die einzahlungen in die projekte sind am 4.11 losgegangen die projekte nehmen dann ab morgen an den auktionen teil mit den einzahlungen und die einzahlungen laufen weiter aber ab morgen gelten einzahlungen dann nicht mehr für die erste auktion dari schreibt hey vielen dank für diese videoreihe hat für mich einen großen mehrwert gebracht gerne ich habe mich an zwei ksm also kusama parachains die noch keinen slot gewonnen haben über ihre seite beteiligt in meiner polkadot wallet sehe ich nun nur die zwei transaktionen über den subscan kann ich sonst irgendwo meine beteiligung oder den invest sehen wo werde ich mal die rewards sehen in der wallet der jeweiligen parachain vielen dank also kusama ist ja so ähnlich wie polkadot und ich habe hier ganz viele fragen also meine meine investments werden irgendwie nicht angezeigt ich nehme an das ist jetzt bei den contributions dann gemeint und da wird das nicht angezeigt ja das kann viele gründe haben jetzt hast du hier schon über subscan geguckt schau mal über den dot scanner vielleicht findest du die da ich habe auch über subscan mal nachgeschaut und da sind auch sachen also transaktionen nicht angezeigt worden wobei hier sieht man also jetzt die transaktionen über subscan echt schwer zu sagen also irgendwie scheint das alles nicht auch nicht so richtig hundertprozentig zu klappen mit den mit dieser polkadot js seite deshalb muss ich auch meine aussage aus dem video zurücknehmen wo ich gesagt habe nur wenn es da steht habt ihr auch wirklich teilgenommen das scheint dafür definitiv nicht der fall zu sein aber tut mir leid ich kann es jetzt wirklich nicht ganz konkret sagen wo das wo da das problem ist so kann man das auch über die beinens app machen ja klar also bud spencer fragt kann man das auch über die beinens app machen ja das geht sicher denke ich dass beinens in der app irgendwas vorgesehen hat aber dasselbe wie mit den börsen gilt hier wenn ihr über die beinens app teilnehmt dann wird das wahrscheinlich auch über beinens laufen und dann habt ihr dasselbe problem wie mit den exchanges es ist in sich ein risiko die frage ist ob ihr an die tokens nach zwei jahren wieder rankommt siehe antwort vorher so jetzt video moonbeam und also hier habe ich die anleitung gemacht wie man quasi an den carchain auctions an crowdlohn von moonbeam teilnimmt und dann habe ich noch ein paar infos geliefert unter anderem preisvorhersage habe ich irgendwie mal so versucht völlig unverbindlich weil das nicht geht mal irgendwie kalkuliert wie die rewards aussehen werden wie viel man wo kriegen wird in und noch ein paar andere sachen genau ein blick auf moon river geworfen das ist ja das projekt das schon auf kusama live ist also diese dinge waren in diesem video drin und da habe ich auch das q&a angekündigt und jetzt kommen hier so einige fragen und zwar marius adam mich würde interessieren wer die person hinter den videos ist und wie es dazu kommt dass du dich so gut auskennst im crypto verse ist das dein hobby oder sogar dein beruf natürlich nur so sehr ausgeführt wie du es privatsphäre technisch vertreten kannst passt nicht ganz zu dem q&a thema aber vielleicht nimmst du die ja dennoch mit rein klar nehme ich die mit rein aber ich mache es nicht ausführlich sondern ich sage einfach nur mal ganz grob ich habe ich bin schon einige zeit im youtube quatsch im crypto in crypto unterwegs vielleicht nicht ganz so lange wie andere aber auch deutlich länger als viele und ich mache also crypto ist quasi so mein lieblingsthema zurzeit und ich habe noch ein paar andere lieblingsthemen die haben wir auf youtube hier nichts zu suchen ich bin segler und ähm äh bin musiker und das sind so meine das sind so meine großen hobbys äh ich bin quasi schon immer im it bereich gewesen seit es computer gibt seit ich ein computer in der hand hatte das erste mal bin ich eigentlich äh itiler und die ähm irgendwann dann zu crypto gekommen ähm hat bei mir erstmal nicht so richtig gezündet das thema weil ich eigentlich mich gar nicht so sehr für geld interessiere und ähm damals dann so gesagt habe irgendwie ja gut computergeld was bringt mir das habe ich nichts von finde ich doof ne er hat also echt wirklich fast also jahre hat das eigentlich gedauert bis ich überhaupt kapiert habe worum es bei crypto geht und als es dann als ich es dann kapiert hatte bitcoin whitepaper gelesen volle äh volle pulle eingestiegen in das thema hat mich richtig reingezogen wie so ein magnet und ich bin seitdem eigentlich nicht mehr rausgekommen aus dem ganzen ähm youtube mache ich ja jetzt seit etwa einem jahr und der anlass warum ich youtube gemacht habe das war damals eigentlich dass ich ähm ein großer großer fan von ivan on tech war und ivan on tech hat ja letzten januar februar glaube ich war es ich glaube im januar aufgehört mit seinen täglichen live streams ähm und das hat eine riesen lücke in meinem leben hinterlassen ich muss echt sagen ich war darüber selber total entsetzt dass das eine solche lücke hinterlassen hat jeden tag live stream morgens um acht uhr gut es war irgendwann mal dann acht uhr 45 und nicht mehr acht uhr aber ähm ich bin also ich habe teilweise mein frühstück danach ausgerichtet ich habe teilweise ähm äh also dann sofort wenn das ganze die aufnahme live war sofort geguckt ich habe phasenweise jeden coin gekauft den alvin besprochen hat positiv besprochen hat ähm also alvin war für mich einfach äh ein absoluter bestandteil meines alltags und plötzlich war das weg und dann habe ich irgendwie beschlossen so ähm was soll das eigentlich warum sich immer von einem youtuber oder mehreren abhängig machen ich mache das jetzt einfach selber und zwar auf meine eigene art und dann hat es ja jetzt echt fast ein dreiviertel jahr gedauert bis ich so ein bisschen rausgefunden habe wie ich das ganze gerne mache und da bin ich jetzt also ans schmiedebach fragt braucht man für akala auch metamask ich hoffe ich musste nirgends eine weitere adresse eingeben richtig also akala video habe ich ja auch gemacht war jetzt auch nach dieser frage glaube ich und deshalb auch wahrscheinlich diese frage hier gut klar also bei akala braucht man kein metamask und man braucht auch keine weitere adresse dafür das ist eine besondere halt von moonbeam für mittwoch kannst du also darin nochmal für mittwoch kannst du darauf eingehen ob es sich lohnt beziehungsweise einen nachteil hat über parallel an anderen parachains teilzunehmen es wird zumindest zusätzlich mit para belohnt danke ja ich habe mir parallel noch nicht richtig angeschaut deshalb weiß ich nicht ganz genau was da sache ist wenn parallel so ähnlich ist wie wenn das bei parallel so ähnlich läuft wie bei einer börse dass man also denen die tokens gibt die nehmen dann für einen am crowdloan teil dafür bekommt man von denen eben tokens bonus zahlungen oder sonst irgendwie dann würde ich davon abraten weil nicht ganz klar ist was passiert was aus dem projekt wird und was dann aus den tokens wird wenn das aber eine sehr dezentralisierte lösung ist die sie anbieten dann warum nicht das ist sogar eine sehr gute sache ich habe einmal reingeschaut ich glaube es war bei parallel da gibt es tatsächlich auch richtig richtig gute rewards war das bei parallel ich schaue mal gerade ob ich bevor ich jetzt irgendeinen quatsch erzähle ja also ich habe gerade mal nachgeschaut parallel bietet tatsächlich richtig gute rewards an und bonus zahlungen wenn man also jetzt an anderen paar chains crowdloans heißt es ja eigentlich teil nimmt über parallel aber ja so ist es ein bisschen riskant ich bin kein großer freund von diesem hin und her weil zu viele abhängigkeiten machen eigentlich auch immer irgendwann probleme also hier einige fragen von thomas huber und zwar ursprünglich also cardano für ihn gewesen jetzt auch mal irgendwie in dort reingeschaut und möchte das ganze also ausbauen finde ich total gut ich finde es immer gut wenn man sich ein bisschen also wenn man sich für alles interessiert ich bin kein freund von diesem ganzen maximalismus also bitcoin maxis cardano maxis ripple maxis was für ein quatsch also ich meine man hat alle möglichkeiten warum man soll warum soll man sich selber wenn man jetzt irgendeine komische meinung vertritt total einschränken aber muss ja jeder selber wissen also sehr gut von cardano auch sich mal irgendwie mit polkadot zu beschäftigen total gut meistens lohnt es sich im crypto bereich wenn man neue themen angeht meistens lohnt es sich finanziell ganz wichtig das wissen das glauben viele nicht aber es ist tatsächlich so dass je mehr man weiß desto mehr verdient man bei crypto also insofern cool so nun habe ich eine frage und zwar ich kenne an ich denke an mehrere projekte bei denen ich investieren möchte das wären unter anderem clover akala lit entry hier gibt es ja deren token als rewards kommen diese token alle auf mein wallet bei polkadot oder brauche ich dazu noch weitere wallets meine dass man weder bei clover noch bei akala noch bei lit entry ein anderes also akala weiß ich aber bei den anderen beiden nicht braucht mit entry bin ich sicher dass man kein anderes braucht clover müsste man noch mal schauen jedenfalls in der regel braucht man keine anderen wallets mir fällt es momentan schwer abzuschätzen ob sich das lohnt bekommen die tokens ja nicht geschenkt wie in einem der tutorials gesagt stimmt ich habe irgendwann mal gesagt man bekommt die geschenkt ja man muss den content ja auch mal so machen dass irgendwie leute anbeißen also wie in einem der tutorials gesagt bekommt man die tokens ja nicht geschenkt denn ich verliere ja meine staking rewards genau sehr gut sehr sehr gut sehr guter punkt weil das fällt ja unter dem bereich opportunity kost denn wenn ich meine tokens einlege kann ich sie nicht staken verliere ich also bekomme ich keine staking rewards darauf lohnt sich das ganze also ich mein staking rewards sind 15 prozent zurzeit werden ja wahrscheinlich eher runtergehen über die jahre auf der anderen seite hat man jetzt die gelegenheit bei projekten die gerade erst starten schon mal von anfang an dabei zu sein wird sich das ganze lohnen ja also klar lohnt sich das weil viele sachen also es mag sein dass man jetzt unter ganz bestimmten umständen weniger als 15 prozent verdient weil die tokens alles so rohgruppe wie heißt es rohgruppe sind die in die man investiert hat oder so ist aber eigentlich quasi ausgeschlossen also gerade jetzt so in diesem frühen stadium das einzige was man wirklich real finde ich ein bisschen im hinterkopf behalten muss ist dass der dort kurs ja in irgendeiner form schwankt und man eben opportunity kost aus dem dort kurs selber hat alles andere finde ich eigentlich selbstläufer also 15 prozent staking rewards so genau und es hindert einen natürlich nicht daran nichts daran dass man das einfach ein bisschen mischt also warum nicht irgendwie ein teil staken da hat man da die 15 prozent oder dass man gewinne die man auf aus den crowdloans hat dann wiederum in staking rein führt also aus cash in staking rein tut die strategien sind ja vielfältig also man muss ja nicht immer entweder nur das eine oder nur das andere machen man kann das ja auch in irgendeiner form mischen jetzt moxygen moxygen ich weiß dass es ein moonbeam video ist aber ich hätte eine art verwandte frage meine wenigkeit hat an vier projekten partizipiert also an einer vielzahl an dreien über an dreien über die entsprechende seite und an einer direkt in den crowdloan in der dort wallet polka.js wenn ich nun unter crowdloan nachsehe kann ich nur zwei my contributions sehen einmal moonbeam welche ich über die homepage bedient habe und asta bin ich direkt über polka.js wallet bedient habe akala parallel zeigen mir zwar auf der jeweiligen seite die menge an distributierten dort die zu erwartende belohnung und meine wallet adresse an aber unter crowdloan in der dort wallet polka.js finde ich keine contribution so bei moonbeam ist das dann auch später angezeigt worden kennt das problem jemand und ja also das haben wir jetzt wirklich schon öfter gehabt auch wobei ich jetzt hier sehe also direkt teilgenommen über moonbeam und bei asta und die wurden angezeigt ah ja und akala und parallel zeigen die menge der distributierten dort sie zu erwartenden belohnung an genau und das ist ja dann kommt es hin also ich glaube es ist definitiv so der fall dass also quasi wenn man über akala zum beispiel über die liquid dots und bei parallel einfach dann so teilnimmt dann wird wahrscheinlich die contribution zählen als einen beitrag von akala und bei parallel weiß ich es nicht genau aber könnte durchaus sein also das heißt wenn ihr nicht direkt über das polka.js wallet teilnehmt dann nochmal gucken ob das stimmt genau also wenn ihr nicht über polka.js direkt teilnehmt oder über wenn das so geregelt ist wie bei moonbeam dann kann es sein dass also euer beitrag irgendwo gezählt wird aber nicht in nicht als direkte einzahlung in den crowdloan und dann wird das eben auch unter polka.js nicht angezeigt david schimansky fragt zu meiner frage also ich werde es nicht schaffen bis 11.11 in den crowdloan investieren zu können ich würde es aber definitiv bis 17.11 schaffen die dort menge aufzubringen und diese investieren zu können heißt das aufgrund der deadline dass ich in zum beispiel moonbeam nicht mehr investieren kann beziehungsweise auch keine rewards in form von glimmer erhalte oder wie läuft das ab mit den investitionsmöglichkeiten nach dem crowdloan ja also dann habe ich hier gute nachrichten der 17.11 da wird ja wahrscheinlich genau die zweite auktion anfangen und wie es aussieht wird moonbeam nicht die erste gewinnen das heißt du hast also in der zweiten auktion die möglichkeit in moonbeam zu investieren noch bei der crowdloan ja weiterläuft weil moonbeam ja die erste auktion wahrscheinlich nicht gewinnen wird zumindest ist das der aktuelle stand also schau einfach mal nach wenn es so weit ist ob moonbeam noch da ist dann kann man wahrscheinlich sogar noch investieren bei moonbeam ansonsten wenn moonbeam jetzt tatsächlich die auktion gewinnt dann kann man danach nicht mehr an dem crowdloan von moonbeam teilnehmen dann ist das ding durch st lief wie auch immer sorry wenn ich euren namen irgendwie komisch ausspreche fragt meine frage betrifft ebenfalls akala und ob du gegebenenfalls den eventuellen mehrwert vom liquid akala token erklären könntest du hattest ja schon mal den steuerlichen aspekt angesprochen so wie das team aber den token anpreist könnte er doch ganz nützlich sein ja also liquid crowdloan liquid akala token ah ja es gibt noch einen anderen also einerseits also über den crowdloan token lc dort habe ich ja schon gesprochen in meinem video und es gibt noch einen liquid akala glaube ich heißt der es gibt noch einen der quasi so ein gegenstück davon ist das heißt man kann wenn man am staking von liquid akala token den gibt es glaube ich gar nicht oder wohl weiß ich nicht also es gibt jedenfalls noch einen token der der sinn davon ist dass man im grunde quasi wenn man in staking einzahlt zum beispiel bei dort bei polkadot aber ich glaube es kann auch sein dass das bei akala auch gibt dass man dann ein gegen token dafür bekommt mit dem man dann weiter arbeiten kann ähnlich zum lc dort und das ganze hat dann den sinn dass man also quasi für seine einlage noch was bekommt mit dem man dann also wieder frei ist das ganze ist ein bisschen kompliziert wirklich zu handhaben weil die eine variante wäre dass man diesen token dann beleiht und dann hat man den als sicherheit hinterlegt ist aber kursschwankungen hinter unterworfen und hat dann eventuell ein liquidierungsrisiko wenn quasi die sicherheit die man in form dieser liquid tokens da eingelegt hat dann nicht mehr reicht um das darlehen zu besichern das ist dann ist ist quasi die sicherheit weg dann sind die liquid tokens weg dann kommt man aber auch nicht mehr an seine einlage ran also im klartext ist passt besteht die gefahr dass man seine einlage verliert wenn man das so macht und das ist eine sache die mir persönlich bisschen zu riskant ist so das ganze der steuerliche aspekt ich habe ja schon ganz viel dazu gesagt die andere sache jetzt mit diesen liquid tokens das auch noch aufzusatteln auf diesen steuerlichen aspekt das halte ich eben für extrem kompliziert und ich habe keine lust das zu machen weil ich einfach keine lust habe das im finanzbeamten zu erklären das muss aber dann jeder auch wieder für sich selber entscheiden also na klar die liquid sachen die immer die idee die immer darin besteht dass man quasi aus einer festen einlage wieder rauskommt über so ein zwischentoken so ein derivativ ist eine clevere sache aber die komplexität erhöht sich und wenn jemand lust hat das so zur hand haben herzlich gerne und ich persönlich habe einfach besseres zu tun als die ganze zeit irgendwie meine ganzen tokens da so komisch rum zu managen ja aber ich wünsche trotzdem viel erfolg weil das ist ja eine echt coole und spannende sache dornenbrot ich kann in die projekte auch über beinens teilnehmen sind die vor nachteile bekannt gegenüber dem direkten invest ja habe ich ja auch schon wieder ganz viel zu erzählt risiko besteht darin dass beinens einem die token nicht zurückgibt oder nicht zurückgeben kann nach den zwei jahren dann oder wie auch immer ich habe da mal eine frage in die runde bei circa 14 45 erklärst du das bei das mai contributions die einzahlung erscheinen soll bei mir passiert das aber nicht habe das mit akala gemacht dort sind abgebucht erscheinen auch auf der akala seite als gelockt aber bei polkadot erscheinen sie nicht danke also ja haben wir jetzt auch schon habe ich ja jetzt schon mehrfach drüber gesprochen also entweder du hast das mit den lc dots gemacht dann wird das natürlich dann zählt das bei nicht zu deiner eigenen contribution sondern es zählt quasi zur contribution von akala gleichzeitig aber ich würde sagen in diesem fall hier wo du das hier so ganz deutlich beschreibst würde ich mir keine sorgen machen wenn also akala selber behauptet die sind gelockt und die sind auch aus dem wallet raus also dann ist das wahrscheinlich gezählt das wird klappen bin ich sicher so hkono oder so schreibt also super video man kann auch irgendwie über beinens dort mitmachen ja haben wir auch drüber gesprochen nachteil ist einfach die unsicherheit drucken sind vielleicht weg wenn beinens irgendwie die biege macht oder keine lust hat die auszuzahlen bis wann kann man eigentlich einzahlen für die erste auktion wann wird das geschlossen ja das ist ein bisschen unklar es geht wirklich auch aus der druck und nicht hervor ich würde sicherheitshalber sagen bis morgen elfter elfter kann man noch einzahlen also irgendwann im laufe des tages wird das ganze ding zugehen möglicherweise ich würde also echt empfehlen heute noch 10 11 einzuzahlen und wenn ihr glück habt könnt ihr am 11 noch einzahlen es gibt noch diese periode bis zum end bis zur ending period der auktion die fängt am 13 11 an und möglicherweise kann man auch noch bis 13 11 einzahlen aber danach ist dann für die erste auktion wirklich schluss alles was dann eingezahlt wird zählt dann aber automatisch für die zweite auktion so und jetzt kommen wir zu dem akala video von gestern und im akala video habe ich eben auch kurzen blick auf karura geworfen karura ist quasi das parallelprojekt das auf kusama schon läuft dass dieselben features hat wie akala so konnte man also da mal ein kleines preview bekommen wie wird akala wahrscheinlich aussehen was kann man damit machen und dann habe ich mich ja auch mit dieser frage beschäftigt wie werden die ausschüttungen aussehen wie wird der preis aussehen und im zuge dessen ist ja aufgefallen dass wir bei akala irgendwie ziemlich komische tokenomics haben weil offenbar ist tatsächlich so ist dass die crowdloan teilnehmer also wir die einzigen sind die überhaupt irgendeinem westing unterliegen das heißt wir bekommen nur 20 prozent unserer tokens die wir also unsere rewards wenn das projekt startet aber alle anderen die investoren also die frühen investoren die teams die partner des teams und so weiter die bekommen ihre tokens sofort und können die sofort ausgeben das ist irgendwo kein gutes gefühl wenn man hier investiert darüber habe ich in diesem video auch gesprochen also wer die wem dieses thema nicht bekannt ist video bitte nochmal gucken das ist echt wichtig für eure investment entscheidung wobei ich auch sagen muss es relativiert sich alles so ein bisschen denn also wenn akala jetzt wirklich also ein rug pull wird es nicht sein aber also wenn wenn das projekt erstmal live geht und auch das hält was es verspricht dann ist das potenzial durchaus auch gegeben dass dieses projekt richtig abgeht ja es ist aber eben ganz anderes ding als zum beispiel bei karura dem anderen projekt wo auch die das team und die investoren einem westing schedule unterlegen waren flo fragt jetzt was mich interessieren würde angenommen akala wird die erste auktion gewinnen muss man die tokens die man zum beispiel an moonbeam verteilt hat für die zweite auktion beginnend am 18.11 neu bei moonbeam einstellen oder gilt die crowdloan beteiligung für die gesamten auktionsbatch 1 bis 5 richtig genau so ist es wenn ihr einmal einen crowdloan gegeben habt dann gilt der für das ganze badge ihr könnt den auch nicht mehr zurücknehmen wenn ein projekt nicht gewinnt und ihr habt für dieses projekt das nicht gewonnen hat einen crowdloan gegeben dann wird das übertragen auf die zweite auktion die dritte vierte und fünfte und nach der fünften auktion wenn das projekt wirklich nichts gewonnen hat bekommt ihr eure token zurück eine frage für mittwoch wäre vielleicht von max mustermann von den dort tokens mal abgesehen wie kann man unkompliziert akala token moonbeam glimmer token die wir bekommen wieder anlegen staken ich weiß nicht ob das überhaupt möglich ist aber wäre cool wenn man wie bei der bank langfristig zinsen dafür bekommen würde ja also dann sag mir mal eine bank wo du noch langfristig zinsen bekommst also okay aber spaß beiseite also natürlich geht das auf jeden fall also zum beispiel bei akala selber könnt ihr akala tokens einlegen und die staken bei moonbeam wird es unzählige wahrscheinlich plattform geben wo ihr das einlegen könnt unter anderem zum beispiel bei sushiswap ihr könnt das bei sushiswap weiß ich sicher dass die auf moonbeam starten werden es gibt aber noch andere plattformen schaut mein moonriver video vieles was auf moonriver läuft wird übertragen und auf moonbeam und dann könnt ihr da also auf jeden fall tokens die ihr bekommen habt eure rewards staken übrigens bei moonriver sehr sehr lukrative sachen dabei das ist eine sache wenn diese gerade wenn diese ökosysteme sehr sehr frisch sind sehr jung sind hat man meistens sehr hohe apy sehr hohe zinsen wobei man aber auch ein ganz ganz großes risiko hat dass quasi scam und rug pulls und so weiter da drin sind deshalb empfiehlt es sich bei diesen sachen gerade bei moonbeam einfach eine weile abzuwarten bis jetzt große projekte etablierte projekte kommen wie zum beispiel sushiswap wenn die loslegen da ist es recht wahrscheinlich dass man also hier da nicht übers ohr gehauen wird während bei projekten die kein mensch kennt anonymes team erst seit zehn minuten auf dem markt 30.000 prozent zinsen ja weiß man auch ungefähr wie man das einordnen kann nämlich besser nicht investieren hat mich aber bei moonriver in meinen videos nicht davon abgehalten trotzdem mal in sowas rein zu rein zu springen ist dann auch prompt schief gegangen christian fragt meine frage für das q&a was für auswirkungen was für langsam was für auswirkungen könnte es auf projekte haben die abhängig von einem anderen projekt auf der power chain sind wenn solch eine chain von der man abhängig ist nach den zwei jahren den slot nicht verteidigen kann super exzellente frage richtig gut ich freue mich total dass das mal einer gefragt hat das ist super clever es scheint irgendwie ich meine es ist ein bisschen so die it denke ich habe hier ein projekt was passiert wenn das fehlschlägt was wie kann ich das ganze absichern gibt es backups und so weiter also ja gut also die antwort auf die frage jetzt erst mal ich habe in meinen um das zu vereinfachen in meinen videos eine sache ein bisschen unterschlagen und das sind die sogenannten para threads para threads sind quasi so light versionen von para chains ein projekt hat immer die möglichkeit an polka dort mitzumachen als ein sogenannter para thread und die haben weniger möglichkeiten und weniger rechte auf der polka dort block chain aber haben trotzdem die möglichkeiten mitzumachen und alle projekte die auf polka dort starten und die an den power chains teilnehmen also die eine power chain werden wollen starten erst mal als para thread und das kann man auch sehen hier unter network para chains sieht man hier so genannte para threads und das sind im grunde jetzt erstmal alle projekte die an den crowd loans teilnehmen und an den auktionen teilnehmen weil die sind ja noch keine para chains sondern die sind eine vorstufe dieser para thread und auch diese können quasi auf der relay chain nachrichten austauschen aber die müssen immer wenn sie irgendetwas mit der mit der relay chain also mit polka dort dem kern von polka dort machen wollen dafür geld bezahlen für jede einzelne aktion das ist der unterschied zu den parat chains es gibt noch ein paar andere die sehr viel wichtiger sind ist hier an dem punkt aber jetzt nicht so entscheidend wir haben also im prinzip wenn diese projekte jetzt nicht gewinnen oder wenn die projekte nach zwei jahren dann quasi wieder wenn der crowd loan quatsch wenn die der paratrain slot abläuft nach zwei jahren und dann quasi die nächste auktion nicht gewonnen wird dann fallen diese projekte in den zustand eines para threads zurück sind also noch da und es gibt im grunde schon unterschiede in der funktionalität aber es ist insofern nicht so dass dann plötzlich das ganze system zusammen bricht weil irgendwie in zwei jahren die karten komplett neu sortiert werden das ist das hier die para threads und jetzt natürlich die frage was passiert eigentlich wenn so ein projekt komplett stirbt oder weg ist und das ist wirklich chaos also da weiß man wird man kann keiner sagen was dann passiert weil das hängt ja davon ab wer ist da wie verzahnt und was passiert dann in den projekten die davon abhängig sind also definitiv eine schwachstelle von polka dort in dieser form das risiko dass hier projekte irgendwie absterben und dann riesen lücken hinterlassen ich denke aber dass sich das ganze ökosystem dann über die zeit wahrscheinlich neu sortieren wird danke erstmal für die infos also hans andresen sagt danke erstmal für die infos und das super gemachte und lehrreiche video hier noch hier nun meine fragen also danke für dieses lob warum macht man zwei crowdloans für im grunde dieselben artikel also erst karura dann akala ist karura ein teil von akala und werden die beiden irgendwann zusammengelegt da beide das gleiche geschäftsmodell haben sind sie direkte konkurrenz ja auch exzellente frage sehr cool die denn es ist tatsächlich so wir haben zwei identische projekte warum macht man das also ich meine die ein bieten dieselben dienstleistungen an wie die anderen dann noch aus demselben laden produkt kannibalismus oder so ganz klar es sind zwei wirklich getrennte ökosysteme kusama und polkadot mit ganz unterschiedlichen ansätzen und ideen polkadot ist quasi ein ökosystem das dafür gedacht ist dass es stabil ist dass es quasi die voraussetzungen mitbringt für echte ernsthafte business anwendungen von den banken über die vermögensverwaltung also das ist eine sache die irgendwie eine gewisse form von zuverlässigkeit mitbringen muss also und das ist die idee von polkadot während kusama ist sozusagen der wilde kleine bruder von akala der immer nur irgendwie unsinn im kopf hat und irgendwelche sachen anstellt die idee von kusama ist hier einfach zu experimentieren ähm wie ist das live fast die young oder so hat glaube ich ähm gavin wood mal zu der der erfinder von polkadot hat das so mal gesagt also ich meine es war ähm live fast die young version oder sowas ne also das heißt hier hier wird quasi dazu aufgerufen rum zu experimentieren hier wird dazu aufgerufen sachen so zu auszuprobieren dass sie echt auch kaputt gehen können sachen auf die spitze treiben einfach um mal das ganze dann um die erfahrungen zu sammeln was kann alles schief gehen um dann bei polkadot später ähm dann diese fehler und probleme zu vermeiden und deshalb gibt es eben auch von diesem projektnehmer eine version auf kusama und eine version auf akala weil man sich natürlich die gelegenheit nicht entgehen lassen möchte quasi sein eigenes projekt zu stress testen ähm und die leute die hier also bei kusama machen die ähm haben auch echt bock hier mal sachen also so auszuprobieren die ähm ungewöhnlich sind ne rum zu experimentieren und das merkt man dem ganzen ökosystem total an äh da geht wirklich auch viel schief ähm und deshalb macht es auch spaß und gleichzeitig ist es so dass kusama dadurch dass es eben ähm alles vorher mal ausprobiert was später auf polkadot kommt hat man natürlich wenn man sich mit kusama beschäftigt im polkadot ökosystem richtig die nase vorn äh insofern beides komplett unterschiedliche dinge obwohl es eigentlich dasselbe ist widerspruch in sich aber so ist es nun mal leider das ist die idee dahinter und karura und akala werden nicht zusammengelegt bin ich sehr sicher weil dann müsste man kusama und polkadot zusammenlegen ergibt keinen sinn also z7 if die die z7 seven if kitsch oder so sorry wenn ich den namen falsch ausspreche super video brudi bitte nur eine frage wenn jetzt akala bei der auktion gewinnt wie geht es dann weiter für moonbeam und welcher bewerber von allen ist dein favorit wenn es um den preis nach den auctions geht welcher hat potenzial für to the moon boah also der preis ne ich kann erst mal sagen was mein lieblingsprojekt ist im moment natürlich moonbeam weil es macht einfach bock also moon river hat bock gemacht moonbeam weiß ich nicht mehr wird als weiß ich noch nicht wird man sehen was passiert aber moonbeam wird als erstes richtig gute funktionierende produkte haben wobei völlig offen ist wie es da weitergeht also moonbeam wird echt spannend zweites projekt das ich super interessant finde ist bitcountry hat ja jetzt auf kusama eine paratrain auction gewonnen das ist so ein metaverse ding gaming ding habe ich auch richtig lust drauf das mal auszuprobieren so wie jetzt aktuell der hype um die ganzen sachen geht ist wie jetzt mit gaming und play to earn und nfts und so zu tun haben ich könnte mir fast vorstellen dass bitcountry oder diese ganzen gaming sachen vom preis her hier alles in den schatten stellen werden was läuft ist sag ich mal eine vermutung ein sicherer tipp und da bin ich auch sehr zum beispiel ich bin sehr skeptisch was akala angeht habe ich ja gesagt wegen des token modells ich finde asta sehr cool ich finde bfrost sehr toll ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau ob bfrost überhaupt sich bewirbt für eine paratrain glaube ich aber schon bfrost ist so auch eins meiner lieblingsprojekte und es gibt so viele projekte die ich mir noch gar nicht angeschaut habe skeptisch bin ich etwas bei diesen ganzen privacy sachen wie zum beispiel manta weil das so dinge sind die eigentlich diesem ganzen regulierungsthema zurzeit etwas entgegenstehen und ich könnte mir vorstellen dass das eine schwere hypothek ist so wie bei monero wenn man so privacy coins und privacy blockchains macht dass einfach die regulierungsbehörden da irgendwann reingrätschen und das dann eben auch vor allem dann die börsen wie jetzt binance kraken und so diese coins nicht listen werden und dann werden diese ganzen tokens womöglich nicht richtig aus dem quark kommen kann aber auch sein dass sich das blatt dreht denn wir haben ja im moment ein politisches klima das im grunde da viel wissen will was die menschen mit ihrem geld machen sag ich mal ganz vorsichtig und ich ist die frage es ist die frage also ich frage mich wie lange und wie viele leute wie lange viele leute das eigentlich machen und akzeptieren bis man dann irgendwann beschließt wenigstens einen teil seiner privatsphäre sich wieder zu holen über solche projekte aber wenn das natürlich auf kosten der eigenen also der legalität geht dann weiß ich auch nicht wie sich das entwickeln wird so also diese das heißt so projekte wie manta und so bin ich skeptisch aber auch das keiner kann es sagen also ja so das ist jetzt von meiner seite so das input preise deshalb ist ja auch so preise sind ja nicht alles ne also man müsste eigentlich über auf die markkapitalisierung schauen weil der shiba inu zum beispiel kostet ja eigentlich nichts ein token ist aber jetzt quasi wertvoller als so manches andere projekt das viel mehr kostet interessant oxygene oxygene schön meine frage aus dem gestrigen video wurde beantwortet dein kanal ist dramatisch unterabonniert ja das finde ich allerdings auch und das werden wir jetzt in den nächsten monaten ändern odysseus fragt hätte ich mal lieber noch auf die beiden videos gewartet ich dachte nämlich nachdem du erwähnt ist moonbeam hätte die prozent der ausschüttung um zwei drittel gekürzt akala sei das investor freundlichere projekt und habe 15 in ak und 5 in moonbeam investiert mich würde interessieren was die einfachste methode wäre die c-trace für das polka dot wallet einfach mal auszuprobieren ob alles klappt bevor ich weiter dort dorthin schicke einfach nur um auf nummer sicher zu gehen und auch das ist ein absolut exzellenter beitrag denn ich hatte wirklich in meinem video wallet einrichten einen ganz wichtigen punkt vergessen wenn ihr die c-trace ich habe ja deutlich deutlich darauf hingewiesen ihr müsst die c-trace aufbewahren und ihr müsst dafür sorgen dass sie nicht verloren geht gleichzeitig aber auch dafür sorgen dass kein anderer sie in die finger bekommt und jetzt ist natürlich die frage wenn diese c-trace so wichtig ist wenn ich mein ganzes geld meine ganzen assets auf in meinem wallet verlieren kann in dem moment wo ich die die c-trace nicht mehr habe oder irgendwas mit der c-trace nicht in ordnung ist dann muss ich das natürlich ausprobieren um sicher zu gehen klar und das habe ich vergessen zu erwähnen in meinem video das tut mir echt leid weil das ist total wichtig und wie macht man das also ich würde es so machen ihr könnt euer polka dot wallet ja das polka dot js wallet ja in zwei browsern installieren zum einen in chrome und im firefox installiert es doch einfach mal auf einem anderen browser je nachdem welchen ihr gerade benutzt und benutzt dann also die c-trace anstatt dass ihr also sagt neues wallet erstellen das wäre hier mit dem plus oder warte mal wie geht das hier genau also wenn ich hier auf das plus drücke dann gibt es hier import account from existing seed und da muss man dann die c-trace eintragen und kann dann also quasi hier ein wallet importieren und das ergibt natürlich keinen sinn wenn ihr euer wallet hier schon drin habt aber wenn ihr einen anderen browser nehmt polka dot js dort installiert dann könnt ihr ja quasi über diesen weg eure c-trace importieren und mal schauen ob es geklappt hat und in dem browser dann mal nachschauen ob die assets noch da sind indem ihr auf polka dot j s dot org mal nachschaut und von da aus dann weitermacht das ist die art wie man das am besten macht so und jetzt haben wir es geschafft alle fragen sind beantwortet super hat echt spaß gemacht war für mich total wertvoll auch der input weil ich jetzt einfach ein bisschen mehr weiß was euch so beschäftigt was irgendwie eventuell problem macht welche themen euch am meisten interessieren und so weiter ich kann mich da super darauf einstellen in den nächsten videos das hilft mir auf jeden fall hier den kanal irgendwie weiter aufzubauen ich hoffe ich konnte euch auch ein bisschen helfen ich werde auch versuchen jetzt die fragen nochmal alle schriftlich zu beantworten die ich jetzt noch offengelassen habe dazu bin ich jetzt die letzten tage gar nicht so gekommen weil einfach die videos raus mussten der zeitdruck da war mit dem 11.11. so wie geht es jetzt weiter ich habe es eben schon gesagt deshalb mache ich es ganz kurz wenn euch das im detail interessiert einfach anfangen des videos da findet ihr quasi den ausblick ich mache bestimmt noch mal das eine oder andere video zu einzelnen parachains vor allem zu denen die ich ganz spannend finde sicher wird was zu astar kommen astar ist ja quasi die Nummer drei so wie es jetzt gerade aussieht wird es die dritte parachain auktion gewinnen mache ich wahrscheinlich rechtzeitig noch ein video zu dem thema schaue mir die tokenomics an und so mach mal einen ausblick was da ist also schieden ist ja das projekt das auf kusama gestartet ist das entspricht dann astar das schauen wir uns einfach mal an also so ein video mache ich auf jeden fall noch und dann vielleicht zu der einen oder anderen parachain zu dem einen oder anderen bewerber über für ein parachain slot noch ein video je nachdem wie viel zeit ich habe meine moon river reihe meine yield farming reihe wird auf jeden fall weitergehen ich würde mich freuen wenn wir uns da wiedersehen moon river denkt einfach dran moon river läuft ja auf kusama moon river ist das schwesterprojekt von moonbeam moonbeam wird ja wahrscheinlich die zweite auktion gewinnen und bald starten wer in moonbeam drin ist hat wer in moon river drin ist hat definitiv ganz weit die nase vorn was moonbeam angeht und gleichzeitig hat man bekommt man einen einblick ins yield farming da geht es halt darum quasi passives einkommen zu erzeugen im kryptobereich und es macht einfach tierisch spaß weil gerade auf moon river richtig viel neues passiert ich habe jetzt schon wieder so eine liste von sachen die ich in meinem nächsten video besprechen möchte weil einfach echt immer wieder was neues kommt super also ich finde super spannend ich würde mich freuen wenn wir uns da wiedersehen wenn ihr da mitmachen würdet dann kommt eine neue video reihe dezember januar ist in arbeit ein einsteiger video reihe wie investiere ich jetzt in crypto wie fange ich da an wenn euch das interessiert ich habe so eine eigene perspektive einen eigenen ansatz zu der ganzen sache ist ich versuchen mich abzugrenzen von anderen die sowas schon mal gemacht haben weil man muss ja nicht irgendwie von jeder sache fünf verschiedene varianten haben ich werde es irgendwie ein bisschen anders machen als andere und da arbeite ich gerade dran ich freue mich wenn das endlich losgeht ist ein bisschen viel arbeit das alles vernünftig vorzubereiten aber ich denke da wird was draus okay dann also viel erfolg bei den crowd loans viel spaß bei den auktionen ich bin mal gespannt ab welchem moment es dann auch spannend wird weil aktuell ist das ja alles schon so ein bisschen abgekartet quasi aber wir werden sehen also ich melde mich wieder viel erfolg ich freue mich weiterhin über kommentare auch weiterhin werde ich fragen in beantworten in schriftlicher form in den kommentaren vielen vielen dank zuschauen bis bald macht's gut